Bewegtbildkampagnen in klassischen und neuen Medien bieten heute in Kombination große Chancen, um Zielgruppen noch effizienter zu erreichen. Bisher werden Kampagnen in TV und online jedoch getrennt voneinander geplant und ausgewertet. Nehmen wir an, Sie schalten ein Werbespot im TV und zusätzlich als Online-Videokampagne. Wäre es dann nicht gut zu wissen, ob Sie damit Ihre effektive Reichweite steigern oder einfach immer wieder dieselben Personen erreichen? Single-Source-Daten des GFK Media Efficiency Panels messen das TV- und Online-Verhalten von ein und denselben Personen. Damit bieten diese Daten genau die Informationsgrundlage, die man benötigt, um Online-Video- und TV-Kampagnen im Zusammenspiel bewerten zu können. Wir von Google haben ein Tool entwickelt, das diese Single-Source-Panel-Daten nutzt und hiermit genaue Empfehlungen für Ihre individuelle crossmediale Mediaplanung ausgeben kann. Das Extra-Reach-Tool. Extra-Reach ermöglicht eine einfache Analyse, wie sich die Effizienz eines TV-Planes durch die Hinzunahme von Online-Video auf YouTube verbessern kann. Das Tool arbeitet dabei in drei Schritten. Es werden Daten Ihrer TV-Kampagne und zu Ihrer gewünschten Zielgruppe ausgewählt. Anschließend werden die gewünschten Parameter für Ihren YouTube-Plan eingegeben. Das Tool zeigt auf, wie viel inkrementelle, also zusätzliche Reichweite zu TV, Sie mit dem eingegebenen YouTube-Plan erreichen können. Das heißt, für das gleiche Media-Budget erhalten Sie zusätzliche Reichweite. Es wird zudem aufgezeigt, ab welchem GRP-Niveau Ihrer TV-Kampagne es effizienter ist, Online-Video als zusätzliche Plattform Ihrem Mediaplan hinzuzufügen. Extra-Reach dokumentiert auch, warum Crossmedia effizienter ist, da sich vor allem bei den TV-Light-Nutzern die Reichweite und Kontaktfrequenz durch die Hinzunahme von YouTube-Kampagnen erhöhen. Sie erreichen also mit Crossmedia die Menschen besser, die Sie nur mit TV nicht ausreichend ansprechen können. Extra-Reach wertet für Sie aber auch aus, wie viel Media-Budget Sie durch eine andere Gewichtung zwischen Online und TV einsparen und dabei trotzdem die Reichweite Ihrer Kampagne beibehalten können. Nutzen auch Sie diesen Service für Ihre Werbung und lassen Sie auf Basis von Extra-Reach eine Analyse Ihrer Kampagnen erstellen. Sprechen Sie uns an!